Sura 86, Et-Tariq, offenbart zu Mekka 17 Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, bei dem Himmel und bei Et-Tariq. Und was lehrt dich wissen, was Et-Tariq ist? Es ist ein Stern von durchdringender Helligkeit. Wahrlich, jede Seele hat über sich einen Hüter. Darum soll der Mensch denn bedenken, woraus er erschaffen ist. Erschaffen wurde er aus einer herausschießenden Flüssigkeit, die vom Mann und von der Frau herauskommt. Wahrlich, er hat die Macht, ihn zurückzubringen, am Tage, wenn die Geheimnisse enthüllt werden. Dann wird er keine Kraft und keinen Helfer haben und beim Himmel mit seiner Wiederkehr und bei der Erde, die sich spaltet. Dies ist wahrlich ein entschiedenes letztes Wort und es ist nicht zum Scherzen. Wahrlich, sie planen eine List und ich plane eine List. Darum gewähre nun den Ungläubigen Aufschub ein klein wenig Aufschub. Abonniert,FC流 – aufgerciamo sein. Abonniert,